Zum Austesten, zum Dranggewöhnen, wie auch immer sind das dann gelesen, auf jeden Fall eine Premiere hier im Sportball Wiesfeld. So alle, 5 in 1, noch ein Applaus für die Sonja, wichtiger Satz ist lieber den Einzug ins Finale. Die Sonja, das ist ein Applaus für die Sonja. Vielen Dank. 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 6-5. Good. 6-5. 6-5. Go. 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 Applaus Applaus Der Mann ist ein gut. Der Mann ist ein gut. Ja! 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 Vielen Dank für's Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Ja, ein Fach, der so zu uns von Metz, damit stehen sie nochmal 1 zu 1 ausgeglichen. Ausgeglichen und ein drittes Spiel muss entscheiden, warum wundert es mich bloß nicht, es gibt noch einmal eine Draufgabe, einen Nachschlag, haben wir noch Paulin Schüssele, kommt noch an die Platte und Margarita Paltuschite wird Froschberg als Gegnerin sein und das Ganze, wie wir nach kurzem Einschlagen, unsere beiden Spielerinnen, einmal noch durchschnaufen, dann noch einmal anfeuern und vielleicht haben wir dann das Happy End im Finale. Happy End Happy End im Finale 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Unde Unde D5 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 D9 D5 D5 D1 D9 D5 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 Applaus Applaus Ja! 1-2! 1-2! 4-1! 1-2! 1-2! Ja! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie etwas Faszinierendes heute gesehen haben. Vielen Dank fürs Kommen und eine schöne Woche. Vielen Dank.